Diesen Sonnenuntergang treffe ich im Nationalpark Taganay im Süd-Ural mit so einer Aussicht. Heißt es, kolossaler, weiß ich nicht, Brocken. Und von hier aus grüße ich das Outdoor-Seiten-Team. Es ist einfach super hier. Da vorne liegt Sibirien, Asien. Meine Stadt Thymé liegt 700 Kilometer weiter. Und auch hier ist Europa. Hinter diesem Gipfel. Der schönste Morgen. Ich würde nicht sagen in meinem ganzen Leben, aber irgendwie schon nah dran. Ich grüße euch.